Hallo und herzlich willkommen. Ich werde mal das Mikro ein bisschen näher an meinen Kopf stellen. Ich denke mal, ihr wisst, was das hier ist. Ich denke mal, ihr wisst, was das für ein Video sein wird. Ein Video, wo ich mich einfach mal ein bisschen rumprobieren werde. Keine Ahnung. Ihr kennt sicherlich mittlerweile bei YouTube VTuber und so weiter und so fort. Also die Leute, die Expressions machen mit solchen Figuren. Guckt mal. So was kann ich jetzt auch. Mehr oder weniger fein eingestellt. Den Typen, den ihr seht, habe ich ganz einfach runtergeladen. Ganz einfach. Ich kann noch keine Expressions mit Armen, Beinen, weiß ich nicht was machen. Ich mache das hier mit meiner Webcam. Ich mache das hier mit Programmen, die ich euch verlinken werde. Ja, das war es auch schon so großartig. Was kann ich noch so großartig sagen? Es wird cool. Es wird nice. Bye.